Im Hoyerswerda Stadtrat ist am Dienstagabend die Beschlussvorlage zum Erwerb des Bahnhofsgebäudes von der Tagesordnung genommen worden. Dies geschah auf Antrag der CDU-Fraktion. Zur Begründung hieß es, man erkenne in dem Beschlusstext nicht die Ernsthaftigkeit der Stadtverwaltung, das Objekt kaufen zu wollen und mit neuem Leben zu erfüllen. Fraktionschef Frank Kirche sagte der Elsterwelle, er wolle sich deshalb umgehend mit Interessierten aus der Stadt und Vertretern der Bahn treffen, um Gespräche darüber zu führen, ob ein Kauf des Bahnhofsgebäudes auch durch die zu gründende Genossenschaft ohne Beteiligung der Stadt möglich sei.